Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Burbur und wir sind kurz vor der Akademie und ich würde sagen, wir gehen diese extrem langen und vielen Stufen mal hoch in der Akademie. Also, auf geht's, denn bessere Klamotten kriege ich wohl nicht. Dann mal hoch. Guten Tag. Die Treppe des Grauens. Ah. Also, ich muss ja sagen, das Spiel gefällt mir bis jetzt echt gut. Das Einzige, was echt schade ist, ist, dass wohl die Leistung der Switch echt ziemlich am Ende ist. Weil sobald die Charaktere halt ein gutes Stück weg sind, die gehen halt wie Roboter. Da zum Beispiel. Das ist halt echt übel. Wenn man näher kommt, reindet es halt, dass sie wieder normal laufen. Seht ihr? Aber ja, ist halt wie es ist. Spiel macht trotzdem Spaß. Also, let's go! Willkommen an der Traubenakademie, Wulfen. Das hier ist die Eingangshalle. Das hier ist die Eingangshalle. Dort am Empfang kannst du dich für die verschiedensten Kurse anmelden. Außerdem gelangt man von hier aus zu allen möglichen Einrichtungen innerhalb des Geländes. Die Eingangshalle ist so groß, dass man hier problemlos Pokémon-Kämpfe bestreiten könnte. Findest du nicht auch? Aber leider ist das laut Schulordnung verboten. Ja, besser so. Ah, Wulfen und Nymila. Wie war eure Reise zur Akademie? Oh, das war der Wahnsinn. Der Dank dafür gebührt wohl Nymila. Unsere Akademie kann sehr stolz auf sie sein. Nun, von unserer Schulsprecherin mit dem Jambrang hatte ich auch nichts anderes erwartet. Danke, dass du unseren Neuzugang herumführst, Nymila. Kein Problem, immerhin sind wir doch Freunde. Steh im Zwölfen? Oh, da fällt mir etwas ein. Wir sind Mitglieder von Team Star begegnet. Wahrhaftig? Wo ist das gewesen? Am unteren Ende der Stufe, vor dem Eingangstor, sie haben ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack in die Enge getrieben. Das sind alarmierende Neuigkeiten. Sind sie immer noch da? Nein, Wulfen hat es ihnen ordentlich gezeigt und sie verjagt. Ach, interessant. Es ist gut, anderen zu helfen, aber vielleicht solltest du es zum Schulanfang erst einmal langsam angehen lassen, Wulfen. Nymila, denk bitte auch daran, in solchen Fällen auf der Stelle einem Lehrer Bescheid zu sagen. Ja, verstanden. Ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack, meintest du? Das wird wohl Kozima sein. Es ist schön zu hören, dass sie zum Unterricht kommt. Ach, keine Sache noch, Nymila. Wirst du so gut, Senior Jim, von eurer Begegnung mit Team Star zu berichten? Er ist schließlich euer Klassenlehrer. Wird gemacht, Direktor Clavel. Oh, ich merke gerade, dass der Unterricht falsch beginnt. Ihr zwei solltet euch auch geschwind zu eurem Klassenzimmer begeben. Komm, Wulfen, ich zeige dir den Weg. Unsere Klasse ist die 1A. Ich habe aber sowas von wenig Bock, die Schulpark zu drücken, Leute. Oh Gott, ich muss sie ja wirklich drücken. Guten Morgen, Senior Jim. Guten Morgen, alle miteinander. Heute gibt es aufregende Neuigkeiten. Na, seid ihr neugierig? Na klar, und wie? Entschuldigt die späte Ankündigung, aber ab heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse. Also wenigstens das hättet ihr besser rennen können. Uiui. Was das wohl für jemand ist? Du kannst reinkommen, nur keine Scheu. Wärst du so nett, dich vorzustellen? Klar, hi, ich heiße Wulfen. Der scheint ja gut drauf zu sein. Du hast offenbar das Interesse der ganzen Klasse geweckt, Wulfen. Hat denn jemand eine Frage an eure neuen Klassenkameraden? Ich, ich, darf ich? Wulfen, was magst du an Pokémon? Die Kämpfe, das Sammeln, mit ihnen zu spielen, einfach alles. Wirklich? Ich auch. Na, hat noch jemand eine Frage? Ich, hier, bitte. Du hast dich ja dazu entschlossen, an unsere Akademie zu kommen, also. Was ist dein Ziel für die Zukunft? Ich möchte den Pokédex vervollständigen. Ich möchte ein starker Trainer werden. Ich weiß es nicht. Äh, eigentlich beides davon, aber wir nehmen das. Das wirst du bestimmt gern sicher. Du und ich, wir werden zusammen die allerstärksten. Danke, dass du uns ein bisschen was über dich verraten hast, Wulfen. Ich bin Shim, der Biologielehrer der Akademie und außerdem dein Klassenlehrer. Dein Platz ist dort in der zweiten Reihe. Also dann, ich hoffe, er kommt alle gut miteinander aus und lernt fleißig zusammen. Ja, Senior Jim. Du kannst jetzt frei die Akademie erkunden. Du kannst nun, du kannst dein Mathe, Alter, ich will doch die Mathe, ja, Kampfkunst schon eher. Mathe? Nee, 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 nee. Suchst du mir? Was? Willkommen? Hallo, okay. Was? Oh Gott, darf ich mit allen reden? Ja, hoffentlich nicht. Oh doch. Was? Du redest mit mir? Ich werde schon ganz nervös. Oh Gott, okay. So peinlich. Ja, ich weiß, die Klamotten sind echt peinlich. Ich habe Senior Jim mal versehentlich mit Mama angesprochen. Okay. Aber was solltest du niemandem erzählen? Hallo, Neuling, freut mich. Willkommen an der Akademie. Sucht du eine Mila? Die wurde vorhin ins Lehrerzimmer gerufen. Danke, dass du vorhin so nett meine Frage beantwortet hast. War kein Problem. Wer ist denn da noch so da? Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Okay, ihr wollt alle mit mir nicht drehen, dann gehe ich mal. Du kannst dich jetzt innerhalb der Akademie bewegen. Worte, an denen auf der Karte Personen zu sehen sind, könnten etwas Interessantes für dich bereithalten. Such dir dein erstes Ziel aus und fang an zu erkunden. Wo ist Mensa? Ne, da ist Pepe oder wie der heißt. Oder Peppa. Keine Ahnung. Lehrerzimmer? Erstens immer der Einziger. Ja gut, da bin ich gerade. Okay, zu ihr oder zu ihm? Zu ihr oder zu ihm? Zu ihr oder zu ihm? Zu ihr. Alter, was sind denn das für die Haare? Nun gut, ich zähle auf dich, Champne-Mila. Vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernimmst. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Ich freue mich schon richtig darauf. Sehr schön, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Hm? Oh, Verzeihung. Hey, Wulfen. Wer war das? Was für eine coole Person. Alter, ja, die Fliese hat. Kein Wunder, dass sie deine Neugier geweckt hat. Das war die Nummer 1. Sie ist echt der Wahnsinn. Ich wäre auch gern so stark und cool wie sie. Aber da bin ich nicht die Einzige. Jeder Pokémon-Trainer Himmel-Zian. Übrigens, erinnerst du dich noch daran, was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe? Du hast doch gesagt, dass dein Ziel sei, ein starker Trainer zu werden, oder? Ich habe da eine Idee. Willst du dich auch versuchen, ebenso wie ich, den Champ-Ragen zu erreichen? Ja, gute Idee. Echt? Das ging ja flott. Aber lass mich erst mal erklären, was es damit auf sich hat. Trainer, die den Champ-Ragen wollen, trainieren ihre Pokémon, bis sie unglaublich stark sind. Sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokémon fesseln jeden Zuschauer. Wenn du von der Pokémon-Liga anerkannt wirst, zeichnen sie dich mit dem Champ-Ragen aus. Aber um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht nur um Unterricht teilzunehmen. Du musst alle 8 Pokémon-Arennen mitbezwingen und dir so die jeweiligen Arena-Orden schnappen. Und dann gibt es noch eine letzte Hürde, die du überwinden musst, die Champ-Pfüllung. Wenn du die bestehst, erhältst du ganz offiziell den Champ-Ragen. Dieser Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokémon-Trainers. Ich will jetzt hier nicht rumprallen, aber bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ-Ragen erreicht. Ach ja, die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit, die bald wieder losgeht. Das letzte Mal fing sie gleich nach der Aufnahme in die Akademie an. Man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs, erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz oft eigene Faust. Das ist ein Riedenspaß. Wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz, nachdem ich gesucht habe. Jedenfalls habe ich das Gefühl, durch dich noch stärker werden zu können, Wulfen. Weißt du was? Ich trage die Arenen einfach schon mal in deiner Karten-App ein. Danke, bin weg. Wenn ich nur könnte. Aha. Die Standorte der Arenen wurden auf deiner Karte eingetragen. Der Weg des Champs. Denk mal darüber nach. Habe ich schon. Ich werde Champ. Einfach so. Oh, hallo, Riolu. dich hätte ich auch gern. So einzigartig. Bei uns im Kollegium wimmelt es nur so von Unikaten. Ich muss an mir arbeiten, um auch etwas mehr herauszustechen. Aha. Ah, okay. Keine andere Wahl. Dann gehen wir heute in die Mensa. Mampf, Mampf. Hm, Mampf. Alle brav am Futtern. Hi, Barmelin. Da steckt viel gut. Das ist drin. Oi, oi, oi. Hm, dieses Sandwich. Tschüssi. Oh, so trefft man sich wieder. Pepper ist das so. Weißt du noch, wer ich bin? Äh, ja, der vom Leuchtturm. Ganz genau, deine Erinnerungsvermögen kannst dich sehen lassen. Alter, das ist vielleicht eine Stunde her oder so. Du brauchst dich nicht vorzustellen, dein Name ist Wulfen, stimmt's? Richtig. Die ganze Akademie redet über dich, weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier aufgekreuzt bist. Normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie, aber ich habe extra eine Ausnahme gemacht, um dich kleine Berühmtheit zu treffen. Ich hätte dann nämlich eine Bitte. Könntest du mir deine Stärkelein um meine Träume Wirklichkeit werden zu lassen? Ja, doch. Ich habe doch noch gar nichts gesagt, warum es geht. Bist du immer so ein Ja-Sager? Wenn es ein Pokémon geht, ja. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe Picknicks und in der Küche stelle ich mich auch nicht schlecht an. Ich recherchiere im Moment Gerichte, die Pokémon wieder gesund machen. Letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen, die einen ganz flott mitmachen sollen, wenn man sie zu sich nimmt. Sie werden Geheimgewürze genannt. Von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt fünf verschiedene Arten geben. Man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp, der Körper erhält Nährstoffe. Der Kreislauf kommt in Schwung. Alterungsprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird gestärkt. Angeblich soll es diese Gewürze nur hier in Baria geben und sie sind super selten. Aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht. Deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen. Und anfangen. Die Monster von Zone 0 Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten kompakte und äußerst grausame Wesen, die kaum Pokémon älten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreatur schwere Verletzungen erlitten hatte. Die Monster von Zone 0 durch Zufall gelang einem Mitglied des Observations Trupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt den Pokémon Don fanden, doch der Textur ihres Körpers sowie der Art der Fortbewegung nachzuteilen. Muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln? Man könnte die Kreatur fast für ein eisernes Rad halten. Ich würde die Gewürze ja gerne selbst beschaffen, aber Pokémon Kämpfe sind nicht meine Stärke. Winte mit starken Pokémon Habe ich auch keine und die Schulsprecherin will ich nicht um Hilfe bitten. Aber du scheinst ein guter Kandidat zu sein, deshalb wollte ich dich fragen, ob du mir dabei helfen würdest. Ja. Halt, Moment, du musst mir nichts jetzt zu Wort antworten, lass mich einfach schon mal die Orte auf deiner Karte markieren, an denen sich die Herrscher Pokémon vermutlich rumtreiben. Die Aufenthaltsorte der Herrscher Pokémon wurden auf deiner Karte eingetragen. Der Pfad der Legenden. Mach beides. Multitasking for the win. Die genauen Details erzähle ich dir später, aber hier nimm das als kleines Dankeschön dafür, dass du mir zugehört hast. Oh, Sternstab, geil. Schöner roter Sand, der sich seidenweich anfühlt, kann für wenig Geld verkauft werden. Also dann, denk schon mal darüber nach. Alter, ich ja, hallo? Rufen? Du erhältst diesen Anruf, weil ich dein Handy gehackt habe. Äh, gehackt? Das heißt, dass ich vorübergehend die Kontrolle über dein Telefon übernommen habe. Mein Name ist Cassio Weyer. Ich weiß, wer du bist. Ein Pokémon-Trainer mit viel Potenzial. Dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten. Wulfen, du kennst doch sicher Team Star. Ja? Dann ist die Sache schnell erklärt. Team Star wurde von Schülern der Akademie gegründet, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Sie verbreiten Unruhe an der Akademie und machen nichts als Ärger. Dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden. Mein Ziel ist es, Team Star aufzulösen und in Sternenstaub zu verwandeln. Der Name dieses Unterfangens lautet Operation Status. Mit diesem Plan benötige ich Verbündete. Denkst du nicht auch, dass du der Richtige dafür wirst? Ja. Du musst dich jetzt noch nicht entscheiden, Alter. Mehr Informationen erhältst du später. Ich hab doch ja gesagt. das war vorerst alles. Bis zum nächsten Mal. Ich hab Jack. Ah, Wolf. Bitte achte darauf, etwas leiser zu sprechen, wenn du in der Akademie einen Anruf entgegen nimmst. Äh, Entschuldigung. Du willst doch nicht, dass jemand deine privaten Gespräche mithört. Das kann gefährlich sein. Heutzutage muss man auf so vieles Acht geben. Man hat es wirklich nicht leicht. Nun dann auf Ball. Team Star. So kann ich jetzt endlich von der Schule abhauen. Ding dong. Ist die Schule vorbei? Wolf wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Mist. Doch noch nicht vorbei. Ich wiederhole, Wolf wird gebeten, sich umgehend ins Büro des Direktors zu begeben. Meine Hoffnung schwindet, dass ich hier rauskomme. Okay. Wo ist denn das Büro des Direktors? Ähm, was steht als nächstes auf dem Schulplan? Keine Ahnung. Hi. Tschüss. Was geht denn hier ab? Wohin möchtest du gehen? Ah, perfekt. Büro des Direktors. Hey, T-Rex. Das ist knapp. Da bist du ja, Wulfen. Danke, dass du hergekommen bist. Gefällt es dir an der Traubenakademie? Ja. Oh, das freut mich ungemein zu hören. Du fragst dich vielleicht, warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können, doch es gibt einen bestimmten Grund, aus dem ich dich hergebeten habe. Ein Freund von mir hat etwas Wichtiges mit dir zu besprechen, musst du wissen. Oh, er befindet sich nicht hier in diesem Raum. Moment, ich stelle die Verbindung her. Sehr's. Hallo, Wolfen, es freut mich, dich kennen zu lernen. Ich bin Professor Futurus. Ich erforsche die Pokémon im Inneren des Schulons von Baldea oder wie es auch genannt wird, Zone 0. Das ist ein fettes Loch. Professor Futurus ist ein Absolvent der Akademie und ein hervorragender Forscher. Ach, komme sofort zum Punkt. Wolfen Matrikel Nummer 805C393. Du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Mireidon bei dir, nicht wahr? Ja. Ich danke dir für deine Kooperation und bestätige Bestätigung der Aussage. Hall? Ah, Verzeihung. Das hier soll kein Verhör sein. Genau genommen möchte ich dich um etwas bitten. Äh, worum geht's? Ah, ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Schön, dass es dir gut zu gehen scheint. Ja. Eins befand sich Mireidon in meiner Opfurt, solltest du wissen. Auch der Ball, den du da drehst, gehörte mir. Du hast ihn von einem jungen Mann namens Peppa erhalten, nicht wahr? Leider bin ich derzeit nicht in der Lage, mich um dieses Pokémon zu kümmern. Daher habe ich eine Bitte, würdest du an meiner Stadt gut auf Mireidon achten, Ulf? Ja. Ich danke dir. Im Augenblick ist Mireidon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen. Er scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können, die auf Fortverwägung spezialisiert ist, aber es wird wohl eine Weile dauern, bis es all seine Kräfte wieder zurückgewinnt. Könntest du kurz dein Smart Rodom herausholen, dann gebe ich dir noch meine Kontaktdaten. Äh, will ich die? Du wirst von nun an regelmäßig von mir hören, damit ich mich nach dem Stand der Dinge erkundigen kann. Aha. Auf bald. Agiagia. Kommt dieses Pokémon etwa aus Zone Null? Futurus soll das etwa heißen du Soll heißen was? Hallo? Der Professor hat dir eine äußerst wichtige Aufgabe anvertraut. Natürlich wird die Akademie dich dabei nach Kräften unterstützen. Ich hoffe, dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Mirai dann genießen wirst. Dreht sich einfach um und sagt nicht mal Tschüss. Okay, hast du nur angestellt? Ich mach doch nur Spaß. Senior Jim hat mir aufgetragen, dass ich dir dein Zimmer zeigen soll. Das ist dein ganz eigenes Reich hier an der Academy, Wolfen. Am besten gehen wir gleich zusammen hin. Ein Mädel geht mit mir auf mein Zimmer. Ja, okay. Könnte man falsch verstehen, aber ich verstehe es. Alles gut. Das ist ab heute dein Zimmer. Ich tue gerade so, als würde ich jede Ecke davon kennen. Dabei war ich selbst noch nie hier drin. Ja, ist ein fettes Zimmer. Bestimmt bist du von dem ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig. Weih doch gleich mal dein Bett ein und ruhe dich etwas aus. Zusammen. Wenn du dich schlafen legst, mach das nicht nur dich wieder fit, sondern auch deine Pokémon. Alles klar. Wir sehen uns morgen. Wenn du wieder in Form bist, dann können wir auch kämpfen. So viel wir wollen. Also, tschüss. Wie du. Bye. Geil, der hat ein fetteres Zimmer, also ich. Hier geht es in dein Badezimmer. Du solltest es immer sauber und ordentlich halten. Kein Problem. Komm mir nicht rein. Also ist es immer sauber und ordentlich. Das ist deine ganz eigene Küche. An diesem Tisch kannst du hervorragend lernen. Es gibt genug Platz, um Sachen drauf abzulegen. Ja, hat auch nichts drauf. Okay. Ab in die Haff. Möchtest du dich schlafen legen, um für deinen neuen Schultag gut ausgeruht zu sein? Ja. Ich würde sagen, ja. Aber, das soll auch heißen, für heute ist Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.